Sie hören Völker der Erde – Literarische Entgegnungen zur Sprache der NS-Justiz Ein Hörstück von Boris Burgstaller, Gabriele Hintermeier, Wilma Heuken Regie Christian Werner Untertitelung des ZDF, 2020 Völker der Erde – ihr, die ihr euch mit der Kraft der unbekannten Gestirne umwickelt wie Garnrollen, die ihr näht und wieder auftrennt das Genähte, die ihr in die Sprachverwirrung steigt wie in Bienenkörbe, um im Süßen zu stechen und gestochen zu werden. Völker der Erde – zerstört nicht das Weltall der Worte, zerschneidet nicht mit den Messern des Hasses den Laut, der mit dem Atem zugleich geboren wurde. Völker der Erde – o, dass nicht einer Tod meine, wenn er Leben sagt, und nicht einer Blut, wenn er Wiege spricht. Völker der Erde – lasst die Worte an ihrer Quelle, denn sie sind es, die die Horizonte in den wahren Himmel rücken können und mit ihrer abgewandten Seite, wie eine Maske dahinter die Nacht gehend, die Sterne gebären helfen. Die Sprache, sie blieb unverloren, ja, trotz allem. Aber sie musste nun hindurchgehen durch ihre eigenen Antwortlosigkeiten, hindurchgehen durch furchtbares Verstummen, hindurchgehen durch die tausend Finsternisse todbringender Rede. Sie ging hindurch und gab keine Worte her für das, was geschah. Aber sie ging durch dieses Geschehen, ging hindurch und durfte wieder zutage treten, angereichert von all dem. Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei zum Schutz der Parteiuniformen. Vom 20. Dezember 1934, Artikel 1, Paragraf 1, Satz 1. Wer vorsätzlich eine unwahre oder gröblich entstellte Behauptung tatsächlicher Art aufstellt oder verbreitet, die geeignet ist, das Wohl des Reichs oder das Ansehen der Reichsregierung oder das der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei oder ihrer Gliederungen schwer zu schädigen, wird, soweit nicht in anderen Vorschriften eine schwerere Strafe angedroht ist, mit Gefängnis bis zu zwei Jahren und, wenn er die Behauptung öffentlich aufstellt oder verbreitet, mit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft. Satz 2. Wer die Tat grob fahrlässig begeht, wird mit Gefängnis bis zu drei Monaten oder Geldstrafe bestraft. Satz 3. Richtet sich die Tat ausschließlich gegen das Ansehen der NSDAP oder ihrer Gliederungen, so wird nur mit Zustimmung des Stellvertreters des Führers oder der von ihm bestimmten Stelle verfolgt. 1935. Regenerischer Sonntagnachmittag. Das Telefon läutet. Der Mann, die Frau und der Knabe nach dem Essen. Das Mädchen kommt herein. Herr und Frau Klimsch lassen fragen, ob die Herrschaften zu Hause sind. Nein. Du hättest selber ans Telefon gehen sollen. Sie wissen doch, dass wir jetzt noch nicht weggegangen sein können. Wieso können wir nicht weggegangen sein? Weil es regnet. Das ist doch kein Grund. Es war falsch, dass du nicht ans Telefon gingst. Jetzt wissen sie, dass wir sie hier nicht haben wollen. Und wenn sie das wissen? Dann ist es unangenehm, dass wir uns gerade jetzt von ihnen zurückziehen, wo sich alles von ihnen zurückzieht. Wir ziehen uns nicht von ihnen zurück. Warum sollen sie da nicht herkommen? Weil mich dieser Klimtsch zu Tode langweilt. Früher hat er dich nicht gelangweilt. Früher. Mach mich nicht nervös mit deinem ewigen Früher. Jedenfalls hättest du ihn früher nicht geschnitten, weil ein Verfahren von der Schulinspektion gegen ihn läuft. Du willst also sagen, ich bin feige? Sollen wir Lembkes fragen, ob sie herüberkommen wollen? Damit sie uns wieder nachweisen, dass wir nicht luftschutzfreudig genug sind. Ach, Klaus Heimisch, lass das Radio. Ach, dass es heute regnen muss, das ist eine Katastrophe. Aber man kann eben nicht in einem Land leben, wo es eine Katastrophe ist, wenn es regnet. Meinst du, das hat viel Sinn, mit solchen Äußerungen um sich zu werfen? In meinen vier Wänden kann ich äußern, was mir passt. Ich lasse mir nicht in meinem eigenen Heim das Wort... Lassen Sie nur, Erna. Sie können ruhig gehen. Ich mach das schon. Müssen wir ein Mädchen haben, dessen Vater Blockwart ist? Darüber haben wir doch, denke ich, genug gesprochen. Das Letzte, was du sagtest, war, das habe seine Vorteile. Was ich alles gesagt haben soll? Machen alle Geistlichen das, Papa? Was? Was hier steht. Was liest du denn? Unser Gruppenführer hat gesagt, was in dieser Zeitung steht, können wir alle wissen. Das ist für mich nicht maßgebend, was der Gruppenführer gesagt hat. Was du lesen kannst und was du nicht lesen kannst, entscheide ich. Hier hast du zehn Pfennig, Klaus Heinrich. Geh hinüber und kauf dir was. Wenn diese Berichte über die Priesterprozesse nicht aufhören, werde ich die Zeitung überhaupt abbestellen. Und welche willst du abonnieren? Es steht doch in allen. Wenn in allen Zeitungen solche Schweinereien stehen, dann werde ich eben keine Zeitung mehr lesen. Es ist nicht so schlecht, wenn sie ausräumen. Ausräumen? Das ist doch alles nur Politik. Jedenfalls geht es uns nichts an, schließlich sind wir evangelisch. Vielleicht können Sie einmal vor Ihrer eigenen Tür kehren. In Ihrem braunen Haus soll ja auch nicht alles ganz sauber sein, höre ich. Aber das ist doch nur ein Beweis der Gesundung unseres Volkes, Karl. Gesundung, nette Gesundung. Wenn die Gesundung so aussieht, dann ziehe ich die Krankheit vor. Du bist heute so nervös. War in der Schule was los? Was soll in der Schule los gewesen sein? Und sage bitte nicht immer, dass ich so nervös bin. Das macht mich ja erst nervös. Früher? Darauf habe ich jetzt nur gewartet. Früher. Ich wünschte es weder früher, noch wünsche ich es heute, dass die Fantasie meines Kindes vergiftet wird. Wo ist er denn überhaupt? Wie soll ich das wissen? Hast du ihn weggehen sehen? Nein. Ich verstehe nicht, wo er hin sein kann. Klaus Heinrich. Klaus Heinrich. Er ist wirklich weg. Warum soll er denn nicht weg sein? Aber es regnet doch in Strömen. Warum bist du denn so nervös, wenn der Junge mal weggeht? Was haben wir denn geredet? Was hat das damit zu tun? Ach, du bist so unbeherrscht in letzter Zeit. Ich bin zwar nicht unbeherrscht in letzter Zeit, aber selbst wenn ich unbeherrscht wäre, was hat das damit zu tun, dass der Junge weg ist? Aber du weißt doch, dass sie zuhören. Und? Und. Und wenn er es dann herum erzählt? Du weißt doch, was sie jetzt immer hineinreden in sie in der HJ. Sie werden doch direkt aufgefordert, dass sie alles melden. Es ist komisch, dass er so still weggegangen ist. Unsinn! Ich möchte wissen, was er noch mit angehört hat. Aber er weiß doch, was geschieht, wenn Leute angezeigt werden. Und der Junge von dem Schmulkes erzählt haben? Sein Vater soll noch immer im Lager sein, wenn wir nur wüssten, wie lange er im Zimmer war. Das ist ja alles Unsinn! Vielleicht ist er nur bei einem Schulkameraden. Dann kann er nur bei Mummermans sein. Ich rufe an. Hier, Frau Studienrat-Vorke. Guten Tag, Frau Mummermann. Ist Klaus Heinrich bei Ihnen? Nein? Da kann ich mir aber gar nicht denken, wo der Junge ist. Sagen Sie, Frau Mummermann, ist das HJ-Lokal-Sonntagnachmittagsoffen? Ja? Vielen Dank. Dann will ich dort mal nachfragen. Was kann er schon gehört haben? Du hast doch über die Zeitung gesprochen. Das über das braune Haus hättest du nicht sagen dürfen. Er empfindet doch so national. Was soll ich über das braune Haus gesagt haben? Da musst du dich doch erinnern, dass dort nicht alles sauber ist. Das kann doch nicht als Angriff ausgelegt werden. Nicht alles sauber oder, wie ich abschwächend sagte, nicht alles ganz sauber. Was schon einen Unterschied macht. Und zwar einen beträchtlichen. Das ist doch mehr eine spaßhafte Bemerkung volkstümlicher Art. Sozusagen in der Umgangssprache. Das bedeutet nicht viel mehr, als dass sogar dort wahrscheinlich einiges nicht immer und unter allen Umständen so ist, wie es der Führer will. Denn nur wahrscheinlichen Charakter brachte ich übrigens mit voller Absicht dadurch zum Ausdruck, dass ich, wie ich mich deutlich erinnere, formulierte es, soll dort ja nicht alles ganz, ganz in abschwächendem Sinne gebraucht, sauber sein, soll sein, nicht ist. Ich kann nicht sagen, dass dort etwas nicht sauber ist. Da fehlt ja jeder Beweis. Wo Menschen sind, gibt es Unvollkommenheiten. Mehr habe ich nicht angedeutet. Und auch das nur in abgeschwächterster Form. Und überdies hat der Führer selber bei einer gewissen Gelegenheit seine Kritik in dieser Richtung ungleich schärfer formuliert. Also ich verstehe dich nicht. Mit mir musst du doch nicht so sprechen. Ich wollte, ich müsste es nicht. Ich bin mir nicht ganz klar darüber, was du selber überall herumquatschst. Von dem, was hier zwischen diesen Wänden mal in der Erregung vielleicht gesagt werden mag. Wohlverstanden. Ich bin weit entfernt. Dich irgendwelcher leichtfertiger Ausstreuungen gegen deinen Mann zu bezichtigen. Genau wie ich von dem Jungen keinen Augenblick annehme, dass er etwas gegen seinen eigenen Vater unternehmen könnte. Aber zwischen Übeltun und Eswissen ist ja leider ein gewaltiger Unterschied. Jetzt hör aber auf. Pass lieber auf deine Zunge auf. Die ganze Zeit zerbreche ich mir schon den Kopf darüber, ob du das, dass man in Hitler-Deutschland nicht leben kann, vor oder nachdem über das braune Haus gesagt hast. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Du tust ja schon direkt so, als sei ich die Polizei. Ich zermartere mich doch nur, was der Junge gehört haben kann. Das Wort Hitler-Deutschland stammt überhaupt nicht aus meinem Sprachschatz. Und dass in den Zeitungen nur Lügen stehen? Der Junge hört ja überhaupt nichts Positives. Das ist überhaupt nicht gut für sein jugendliches Gemüt, das dadurch nur zersetzt wird, wo er immer fortbetont, Deutschlands Jugend ist Deutschlands Zukunft. Der Junge ist ja wirklich nicht so, dass er einfach hinläuft und einen anzeigt. Also mir ist ganz übel. Aber rachsüchtig ist er... Ach, wofür sollte er denn Rache nehmen? Ach, weiß der Teufel, da gibt's doch immer was. Vielleicht, weil ich ihm seinen Laubfrosch weggenommen habe. Aber das ist doch schon eine Woche her. Aber sowas merkt er sich. Warum hast du ihn ihm auch weggenommen? Weil er ihm keine Fliegen fing. Er ließ ihn verhungern. Aber er hat doch wirklich viel zu tun. Dafür kann doch der Laubfrosch nichts. Aber er hat doch schon gar nicht mehr darüber geredet und ich habe ihm eben erst zehn Pfennige gegeben. Er kriegt doch alles, was er will. Ja, das ist Bestechung. Was meinst du damit? Sie werden doch sofort sagen, wir haben versucht, ihn zu bestechen, damit er seinen Mund hält. Was meinst du denn, dass sie mit dir machen können? Na, alles. Da gibt es ja keine Grenzen. Großer Gott, und da soll man Lehrer sein. Erzieher der Jugend. Furcht habe ich vor ihr. Aber gegen dich liegt doch nichts vor. Gegen alle. Liegt was vor. Alle sind verdächtig. Es genügt doch, dass der Verdacht besteht, dass einer verdächtig ist. Aber ein Kind ist doch kein zuverlässiger Zeuge. Ein Kind weiß doch überhaupt nicht, was es daher redet. Das sagst du. Aber seit wann brauchen sie einen Zeugen für irgendwas? Können wir uns nicht ausdenken, was du gemeint haben kannst bei deinen Bemerkungen? Ich meine, er hat dich eben missverstanden. Was kann ich denn gesagt haben? Ich kann mich nicht erinnern. Schließlich bin ich doch der Letzte, der etwas gegen den seelischen Aufschwung äußern würde, den das deutsche Volk heute erlebt. Ich habe schon Ende 1932 das Ganze vorausgesagt. Wir haben nicht die Zeit dazu, jetzt darüber zu sprechen. Wir müssen uns alles genau zurechtlegen. Und zwar sofort. Wir dürfen keine Minute verlieren. Ich kann es mir nicht denken von Klaus Heinrich. Also zuerst das mit dem braunen Haus und den Schweinereien. Ich habe doch kein Wort von Schweinereien gesagt. Du hast gesagt, die Zeitung ist voll von Schweinereien und du willst sie abbestellen. Ja, die Zeitung. Aber nicht das braune Haus. Kannst du nicht gesagt haben, dass du diese Schweinereien in den Sakristeien missbilligst und dass du für durchaus möglich hältst, dass es diese Leute, die heute vor Gericht stehen waren, die seinerzeit die Gräuelmärchen über das braune Haus und dass dort nicht alles sauber sein sollte, aufgebracht haben. Und dass sie lieber schon damals hätten vor ihrer eigenen Türe kehren sollen. Und überhaupt hast du dem Jungen gesagt, lass das Radio und nimm dir lieber die Zeitung vor, weil du auf dem Standpunkt stehst, dass die Jugend im Dritten Reich mit klaren Augen betrachten soll, was um sie herum vorgeht. Das hilft ja alles nicht. Oh Karl, du darfst jetzt nicht den Kopf hängen lassen. Du musst stark sein, wie es der Führer immer... Ich kann doch nicht vor die Schranken des Gerichts treten und auf dem Zeugenstand steht mein eigen Fleisch und Blut und zeugt wieder mich. Ach so musst du das doch nicht nehmen. Das Telefon. Soll ich hingehen? Ich weiß nicht. Wer kann da anrufen? Wach doch mal ab. Wenn es noch einmal klingelt, kannst du ja hingehen. Das ist doch kein Leben mehr. Karl! Einen Judas hast du mir geboren. Der sitzt bei Tisch und horcht, während er die Suppe löffelt, die wir ihm hinstellen und merkt sich alles, was seine Erzeuger sagen. Der Spitzel. Das darfst du nicht sagen. Meinst du, wir sollten irgendwelche Vorbereitungen treffen? Meinst du, dass sie gleich mitkommen? Na, das ist doch möglich. Vielleicht soll ich mein eisernes Kreuz anlegen. Auf jeden Fall, Karl. Aber in der Schule, da liegt doch nichts gegen dich vor. Wie soll ich denn das wissen? Ich bin ja bereit, alles zu lehren, was sie gelehrt haben wollen. Aber was wollen sie gelehrt haben? Wenn ich das immer wüsste, wenn sie so langsam die neuen Schulbücher herausbringen, ist da nicht die Tür gegangen? Ich habe nichts gehört. Doch! Karl! Verliere nicht die Nerven. Pack mir etwas Wäsche ein. Was habt ihr denn? Wo warst du? Hast du Schokolade gekauft? Klar! Meinst du, er sagt die Wahrheit? Tromm, 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 die Tromm, wer mitmarschieren will, der kommt. Wir ziehen fort durch Wald und Feld, marschieren in die weite Welt. Marschieren in die weite Welt. Die Jugend für Freiheit, die Jugend für Brot, deutscher Boden, Blut und Tod. Das geht in gleichem Schritt und Tritt, marschiert nur alle wacker mit. Wir sind die Treue, wacht am Rhein, lieb Vaterland, kannst ruhig sein. Lieb Vaterland, kannst ruhig sein. Aufbruch, Osten, laute Fanfaren, Mann für Mann, Nacht und Gefahren. Wir ziehen in den Krieg hinaus, doch kommen abends wir nach Haus und sind die Feinde alle tot. Dann schmeckt ein tüchtig Butterbrot. Dann schmeckt ein tüchtig Butterbrot. Die Fahne flattert in neue Zeit. Die Fahne verspricht die Ewigkeit. Tromm, 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 die Tromm, wer mitmarschieren will, der kommt. Die Trommel klingt, die Fahne fliegt, bald sind die Feinde all besiegt. Bald sind die Feinde all besiegt. Mit zehn Jahren gingen die Jungen zum Jungvolk und die Mädchen zum Jungmädelbund. Mit 14 Jahren gingen die Jungen zur Hitlerjugend und die Mädchen zum Bund Deutscher Mädel. Daraus und dann mit 18 Jahren in die Partei oder in die Arbeitsfront oder in die SA oder in die SS oder in das NSKK, das Nationalsozialistische Kraftfarkur. Daraus und dann für ein paar Monate zum Arbeitsdienst. Daraus und dann für zwei Jahre zur Wehrmacht. Daraus und dann wieder in die SA oder SS. In der Zeit des Nationalsozialismus reaktivierte sich nicht nur der alte Militarismus, sondern gerade auf dem Gebiet des Liedes entfaltete sich nun eine so gründliche Manipulation des kindlichen Bewusstseins durch die herrschende Ideologie, wie es bis dahin noch nie der Fall gewesen war. Das wurde möglich durch die totale Vereinnahmung der Jungen und Mädchen in die Staatsorganisationen Hitlerjugend und Bund Deutscher Mädchen. Übrigens durchaus nicht immer unter Zwang. Sondern meist mit einer gewissen freudigen Bereitschaft für gemeinsames Fahrtenglück und eine eigene Lebenswelt mit eigener Kluft und eigenen Ritualen außerhalb des Elternhauses. Dazu gehörte entscheidend das Singen und Musizieren. Ich erinnere mich aus persönlichem Erleben an den sinnlichen Reiz dieser neuen Lebensphase, der nicht zum geringsten erhöht wurde durch das vielfältige Liedgut. Volkslieder zur Klampfe, Lieder und auch Verhaltensweisen der bündischen Jugend und dann ein ständig wachsender neuer Bestand aus der Feder von zum Teil sehr begabten politischen jungen Liedermachern. Sie brachten ihre eigene jugendliche völkische Begeisterung in eine Form, die dem Kinder- und Jugendlied bis dahin fremd gewesen war. In zuweilen mitreißenden Worten und Klängen wurde eine unbedenkliche Bereitschaft zu Opfermut und Tod vermittelt, die über alles hinausging, was Schulkor oder Gesangverein je angeboten hatten. Ein beherrschendes und faszinierendes Thema war der Aufbruch nach dem Osten. Begeistert sangen wir vom Ostland und begriffen weder den imperialistischen Anspruch, der darin zum Ausdruck kam, noch den Herrenmenschen Hochmut und die Verachtung gegenüber ganzen Völkern. Alle diese Lieder waren getragen von eiskaltem Pathos und Todeswunsch, einer von den jungen Sängern völlig unverstandenen Sehnsucht nach heroischem Opfergang. Doch gerade dieser Ungeist hob die Kinder und Jugendlichen über sich selbst hinaus, wenn sie im Kreis um die Fahne standen. Sie begriffen nicht, dass ein brutales Gewaltregime ihnen mit solchen Liedinhalten ihren Lebenswert aberkannte, für die falsche, gute Sache der Machtausübung, des Imperialismus und des Völkermords. Mitgerissen von solchen Ewigkeitsklängen gerieten sie in den Bann eines Denkens, in dem es kein Mitleid gab, weder mit anderen noch mit sich selbst. Gelangten sie zu einem Bewusstsein, für das jedes Mitgefühl nur Schwäche war. § 5 Zersetzung der Wehrkraft Wegen Zersetzung der Wehrkraft wird mit dem Tode bestraft 1. Wer öffentlich dazu auffordert oder anreizt, die Erfüllung der Dienstpflicht in der deutschen oder einer verbündeten Wehrmacht zu verweigern oder sonst öffentlich den Willen des deutschen oder verbündeten Volkes zur wehrhaften Selbstbehauptung zu lähmen oder zu zersetzen sucht. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Zuerst Adolf Hitler, dann seine Partei. 2. Wer es unternimmt, einen Soldaten oder Wehrpflichtigen des beurlaubten Standes zum Ungehorsam, zur Widersetzung oder zur Tätlichkeit gegen einen Vorgesetzten oder zur Fahnenflucht oder unerlaubten Entfernung zu verleiten oder sonst die Manneszucht in der deutschen oder einer verbündeten Wehrmacht zu untergraben. Unter der Laterne vor der Reichskanzlei hängen alle Bonzen, der Führer hängt dabei und alle Leute bleiben stehen, sie wollen ihren Führer sehen. 3. Wer es unternimmt, sich oder einen anderen durch Selbstverstümmelung, durch ein auf Täuschung berechnetes Mittel oder auf andere Weise der Erfüllung des Wehrdienstes ganz, teilweise oder zeitweise zu entziehen. Wer Hitler kennt und ihm vertraut, dem haben sie den Verstand geklaut. Anzeige Geheime Staatspolizei Staatspolizeistelle Stuttgart Stuttgart, den 10. August 1943 Täter Gerst Adolf Verheiratet Buchbinder Geboren am 10.03.1895 zu Stuttgart Strafbare Handlung Vergehen im Sinne der Paragraphen 1 und 2 des Heimtücke Gesetzes vom 20.12.1934 Tatort Stuttgart Tatzeit von Beginn des Krieges bis heute Von zuverlässiger Seite wurde am 05.08.1943 folgendes hierher mitgeteilt Das bei der Barmer Ersatzkasse im Eberharzbau hier ein gewisser Gerst, ca. 40 bis 45 Jahre alt, beschäftigt ist, der sich als überaus maßloser Hetzer und Stänkerer über die deutsche Reichsregierung auslässt. Er verbreitet Gerüchte, so unter anderem, der Führer leide an Tobsuchtsanfällen Und Göring sei nach Schweden geflüchtet Das dort beschäftigte weibliche Personal könne sich gegen diese Anrempelungen und Stänkereien des Gerst nicht wehren Und es erscheine angezeigt, staatspolizeiliche Maßnahmen gegen Gerst zu ergreifen Als Zeuge komme unter anderem eine Frau Teufel in Frage Die verwitwete Kindergärtnerin Hedwig Teufel, geborene Ganter, geboren am 15.08.1909 in Cannstatt Wohnhaft Stuttgart-Bad Cannstatt, Daimlerstraße 57 wurde auf 29.10.1943 vorgeladen Sie hat mit dem Gegenstand ihrer Vernehmung vertraut gemacht und zur Wahrheit ermahnt zur Sache Folgendes angegeben Im Januar 1942 kam ich zur Barmeersatzkasse als Bürohilfe Nachdem ich vorher in einem Rüstungsbetrieb beschäftigt war Ich lernte bei der Barmeersatzkasse den Bürohelfer Adolf Gerst kennen mit dem ich zusammenarbeiten musste Er als auch ich sind heute noch in der Registratur der Barmeersatzkasse tätig Also gleich zu Anfang meiner Tätigkeit bei der Barmeersatzkasse ist mir aufgefallen, dass Gerst politisch nicht einwandfrei ist Er ist ein unverbesserlicher Meckerer und Miesmacher Wenn ich dem Gerst über meine Familienverhältnisse Auskunft gegeben habe und dabei zum Ausdruck brachte, mein Bruder sei in der Partei und Freiwilliger der Waffen-SS Hat er sich schon geäußert? Der sei doch hirnverbrot und ihm würden die Augen noch aufgehen Gerst hat mir schon erzählt, er sei im Weltkrieg 1914-18 in englischer Gefangenschaft gewesen Ihm habe es dort gut gefallen Die Engländer seien anständig zu ihm gewesen Oft bringt Gerst zum Ausdruck, die Engländer seien noch Kerle Die würden wir nicht unterkriegen, die seien besser als wir Schon morgens, wenn er den Büroraum betritt, hat Gerst etwas zu meckern Oft kommt er morgens zur Türe herein und sagt, armes Deutschland Danach geht er zur Landkarte und zeigt an, wie weit wir zurückgehen mussten Dabei konnte er schon zum Ausdruck bringen, es dauere noch sechs Wochen, dann sei der Schwindel aus Wenn ich Gerst als schon gefragt habe, was er denn eigentlich sei, Kommunist oder sonst etwas Brachte er mir gegenüber zum Ausdruck, es kommt eine Militärdiktatur Und dann wird man schon sehen, wie es weitergeht Oft brachte Gerst zum Ausdruck, der Dr. Göppels würde lügen Wir bräuchten keine Propaganda Alles, was im Rundfunk und in unseren Zeitungen kommt, ist bei Gerst schwindel Es ist mir auch noch in Erinnerung, dass ich Gerst einige Male sinngemäss äußerte Bevor jemand zum Film käme, müsse er zuerst mit Dr. Göppels ins Bett An einem Tage im Frühjahr 1943 sagte Gerst zu mir, seiner Ehefrau hätten sie wollen das Mutterkreuz verleihen Diese habe es aber abgelehnt In diesem Zusammenhang äußerte er sich wie folgt Der deutsche Staat ist ein Hurenstaat Da werden die Weiber prämiert, die einen Haufen Kinder kriegen Auch über den Führer hat sich Gerst schon in abfälliger Weise geäußert Sinngemäss hat er über den Führer Folgendes zum Ausdruck gebracht Der ist größenwahnsinnig, der hat einen Blutrausch Wenn über Politik und den Krieg gesprochen wurde, konnte Gerst oft zum Ausdruck bringen Die Oberen sind halt Idioten Anlässlich von Straßensammlungen, wenn in unserem Betrieb die Sammler mit den Opferbüchsen kamen Hat er sich schon öfters, wenn die Sammler die Räume wieder verlassen hatten, geäußert Also diese Bedeleiter Wenn anlässlich von Unterhaltungen von unseren Absetzbewegungen im Osten gesprochen wurde Hat Gerst sich schon öfters geäußert Jetzt drehen sie sich um und gehen der Heimat zu Ich habe dem Gerst bei jeder defetistischen Äußerung, die er mir gegenüber gebrauchte Widersprochen und ihn ermahnt Er solle ruhig sein, sonst würde er nochmals um den Kopf kommen Meine Ermahnungen nahm er immer lächelnd entgegen Außer den von mir zu Protokoll gegebenen Äußerungen des Gerst Hat dieser noch viel mehr defetistische Äußerungen gebraucht, die mir heute aber nicht mehr in Erinnerung sind Seit etwa einem Vierteljahr ist es mit dem Gerst etwas besser geworden Da er meine Einstellung kennt, nimmt er sich von mir ein bisschen in Acht Aussage Adolf Gerst Der verheiratete Buchbinder, zur Zeit Registraturangestellter Adolf Gerst wurde am 29.10.1943 festgenommen und in das Polizeigefängnis 2 eingeliefert Er hat am gleichen Tage vom Gefängnis vorgeführt, zur Person und Sache Folgendes angegeben Ich bin in Stuttgart aufgewachsen und habe dort sieben Jahre die Volksschule besucht Nach meiner Schulentlassung erlernte ich das Buchbinderhandwerk bei der Firma Otto Mende Stuttgart-Geisburg Am 1. Juni 1913 trat ich bei der Firma Stahl & Federer Bankgeschäft ein und arbeitete zuerst in der Registratur und später in der Buchbinderei Bei dieser Firma arbeitete ich bis zum Jahre 1930 Vom 2. Juli 1916 bis 28. August 1918 habe ich am Weltkrieg teilgenommen Am 28.08.1918 kam ich in englische Gefangenschaft Ich wurde bei Ara gefangen gehalten Am 17. September 1919 wurde ich aus der Gefangenschaft entlassen und meldete mich dann bei meiner Firma wieder zur Arbeit An Kriegsauszeichnungen besitze ich das Eiserne Kreuz 2. Klasse die silberne württembergische Verdienstmedaille und das Frontkämpfer Ehrenkreuz Seit dem Jahre 1930 arbeite ich bei der Barme Ersatzkasse Stuttgart-Eberhardstrasse 10 als Registraturangestellter Vorbestraft bin ich nicht Politisch habe ich mich noch nie betätigt Vor der Machtübernahme sympathisierte ich mit der SPD und habe diese Partei auch gewählt Wie bereits angegeben arbeite ich seit dem Jahre 1930 bei der Barmer Ersatzkasse Vor etwa einem Jahre wurde eine Frau Teufel bei uns eingestellt Sie arbeitet seit dieser Zeit in meinem Zimmer als Registraturhilfe Bis heute bin ich mit Frau Teufel gut ausgekommen Ich habe oft mit ihr politisiert Ich kann mich nicht daran erinnern zu Frau Teufel Als sie mir erzählt hat, ihr Bruder sei bei der Partei und Freiwilliger der Waffen-SS geäußert zu haben Der sei doch Hirnverbot und ihm würden die Augen noch aufgehen Ich kann nicht bestreiten, der Frau Teufel schon erzählt zu haben Ich sei im Weltkrieg 1418 in englischer Gefangenschaft gewesen Die Engländer seien anständig zu uns gewesen Ich weiß nicht mehr, ob ich zu Frau Teufel gesagt habe Die Engländer, das seien noch Kerle Die würden wir nicht unterkriegen Die seien besser als wir Ich kann nicht bestreiten, ab und zu morgens beim Eintritt in unsere Büroräume Beziehungsweise in mein Zimmer geäußert zu haben Armes Deutschland Ich kann auch nicht bestreiten, beim Ansehen der in meinem Zimmer hängenden Landkarte geäußert zu haben Unsere Soldaten gehen der Heimat zu Damit wollte ich zum Ausdruck bringen, dass wir zurückgehen müssten Ich gebe zu, schon geäußert zu haben Der Krieg dauere nur noch sechs Wochen Dann sei der Schwindel aus Damit wollte ich zum Ausdruck bringen Bei einem solchen Vordringen der Russen könnte es nicht mehr länger dauern Ich kann nicht bestreiten, der Frau Teufel gegenüber schon zum Ausdruck gebracht zu haben Es kommt eine Militärdiktatur Und dann wird man schon sehen, wie es weitergeht Damit wollte ich zum Ausdruck bringen Dass nur dann ein Frieden zustande kommen könne Wenn der Führer seine Befugnisse in die Hand der Wehrmacht legen würde Und diese dann einen Frieden erreichen könne Ich gebe zu, mich im Betrieb der Barmer Ersatzkasse schon geäußert zu haben Dr. Goebbels lügt Wir brauchen keine Propaganda Ich kann nicht bestreiten, sinngemäß schon zum Ausdruck gebracht zu haben Alles, was in Rundfunk und in unseren Zeitungen kommt, ist Schwindel Vor einiger Zeit habe ich einmal gehört Dr. Goebbels habe in Berlin von dem Filmschauspieler Fröhlich Schläge bekommen Im Hinblick auf diese Äußerung, die mir einmal gemacht wurde Habe ich mich dann schon öfters geäußert Bevor jemand zum Film kommt, muss er zuerst mit Dr. Goebbels ins Bett Im Betrieb der Barmer Ersatzkasse habe ich einmal erzählt Meiner Frau hätte man das Mutterkreuz verleihen wollen Diese habe aber abgelehnt In diesem Zusammenhang habe ich dann geäußert Der deutsche Staat ist ein Hurenstaat Da werden die Weiber prämiert, die einen Haufen Kinder kriegen Ich bin der Auffassung, dass eine Frau ihre Kinder aufziehen soll Wie es die Alten auch gemacht haben und dafür keine Auszeichnung bekommt Es trifft zu, dass ich mich im Betrieb der Barmer Ersatzkasse schon geäußert habe Der Führer ist größenwahnsinnig geworden Der hat einen Blutrausch Zu dieser Äußerung bin ich gekommen, weil der Krieg jetzt schon so lang dauert Und wir so viel Opfer haben Den Führer habe ich als größenwahnsinnig bezeichnet Weil ich der Auffassung bin, dass er Mittel und Wege hätte finden können Um einen Frieden zu erlangen Anlässlich von Unterhaltungen über die heutige Kriegslage Habe ich mich geäußert Die Oberen sind halt Idioten Diese Äußerung gebrauchte ich im Hinblick auf die Rückzüge Die wir heute durchführen müssen Ich habe mit den Oberen diejenigen gemeint, die schuld daran sind Dass wir so weit nach Russland hineingegangen sind Ich gebe zu, mich anlässlich von Straßensammlungen Wenn einzelne Sammler auch in unseren Betrieb kamen Und um eine Spende kamen, geäußert zu haben Diese Bette leider Diese Äußerung gebrauchte ich deshalb Weil die Sammler immer so aufdringlich waren Ich kann mich daran erinnern Mich, als im Radio bekannt gegeben wurde Die Talsperre bei Kassel sei bombardiert worden Und es seien Menschenverluste zu beklagen, geäußert zu haben Die Engländer sind noch Kerle Ich betrachtete das Bombardieren der Talsperre Als eine Leistung der englischen Flieger Damit wollte ich sagen, dass es eine Leistung ist Wenn man eine Talsperre so genau trifft Dass sie zerstört ist Wem gegenüber ich die von mir gebrauchte Äußerung getan habe Weiß ich heute nicht mehr Ich gebe ohne weiteres zu Dass ich aufgrund meiner Äußerungen Reif fürs Zuchthaus bin Mit meinen Äußerungen wollte ich jedoch nicht zersetzend wirken Sondern ich habe meine Ausführungen mehr in der Dummheit getan Ich gebe zu, dass mich Frau Teufel Wegen meiner defetistischen Äußerungen schon gewarnt hat Ob sie dabei einmal zum Ausdruck brachte Es würde mich noch einmal den Kopf kosten Weiß ich heute nicht mehr Ich möchte bitten, dass in der Beurteilung meiner Sache Auf meine drei Kinder im Alter von 16 Also die Zwillinge und 18 Jahren Etwas Rücksicht genommen wird Laut in die Maschine diktiert Genehmigt und unterschrieben Adolf Gerst Urteil im Namen des deutschen Volkes In der Strafsache gegen den Buchbinder Adolf Gerst aus Stuttgart Dort geboren am 10. März 1895 Zurzeit in dieser Sache in gerichtlicher Untersuchungshaft Wegen Wehrkraftzersetzung Hat der Volksgerichtshof Dritter Senat Aufgrund der Hauptverhandlung vom 9. Mai 1944 Für Recht erkannt Der Angeklagte Adolf Gerst hat im Jahr 1943 in seiner Arbeitsstätte Fortgesetzt defetistische Propaganda getrieben Er wird deshalb wegen Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilt Die Ehrenrechte werden ihm für immer aberkannt Gründe Der Angeklagte, der am Weltkrieg mit Auszeichnung teilgenommen hat Und 1918 in englische Gefangenschaft geraten ist War seit 1930 bei der Barmer Ersatzkrankenkasse als Registraturangestellter tätig Nach der Bekundung seines Arbeitskameraden Karl Fischer waren seine dienstlichen Leistungen einwandfrei Nur hat er im Dienst an allem etwas auszusetzen gehabt Sodass er bei der 50-köpfigen Gefolgschaft allgemein den Spitznamen Der Meckerer führte Politisch stand der Angeklagte der SPD nahe Nach Fischers Ansicht hat er seine Gesinnung nicht geändert Der Angeklagte hat sich auch politisch Insbesondere während des Krieges als Meckerer gezeigt Etwa ein Jahr lang arbeitete er mit der Zeugin Frau Teufel zusammen Die ihren Ehemann an der Front verloren hat Nach ihrer Bekundung hat er zu allem etwas besser gewusst Mit deutlicher Beziehung auf den Führer äußerte er zu Frau Teufel Der hat ja einen Blutrausch, der ist ja größenwahnsinnig Das Winterhilfswerk bezeichnete er als Bettelei Das Reich als Hurenstaat Weil die Weiber mit dem Mutterkreuz prämiert wurden Die einen Haufen Kinder kriegten Als der Bruder der Zeugin sich zur Waffen-SS meldete Meinte er, die sich freiwillig meldeten seien Idioten Wiederholt äußerte er über den Verlauf des Krieges gegen Russland Jetzt drehen sie um und gehen der Heimat zu Es dauert keine vier Wochen, dann ist der Schwindel aus Wenn er die Landkarte im Büro betrachtete Äußerte er ironisch, armes Deutschland Dass wir die Russen nicht schon lange besiegt hätten Führte er tadelnd darauf zurück Dass wir nicht genügend gerüstet gewesen wären Zu dem Kaufmann Karl Fischer sagte er Die in Berlin sollten mal weniger zu essen bekommen Dann wäre der Krieg bald aus Der Angeklagte wurde von seinen Kameraden oft gewarnt Derartige Äußerungen zu tun So hat ihm Frau Teufel prophezeit Dass er um den Kopf kommen würde Ein gewisser Köble, dass er nach Dachau gebracht werden würde Diese Mahnungen nahm der Angeklagte nicht ernst Sachliche Auseinandersetzungen lehnte er ab Eine solche mit dem Lehrling Fischer zum Beispiel Mit der Begründung, dass Fischer nur Nachrede Was ihm in der HJ vorerzählt werde Erst als seine Vorgesetzten ihn ermahnten Wurde es etwas besser Der Angeklagte gesteht diesen Sachverhalt ein Und wird überdies auch durch die Zeugen überführt Die Äußerungen des Angeklagten ergeben Dass er an den Sieg unserer Waffen nicht glaubt Und ihn nicht einmal wünscht Diese seine Gesinnung hat er seiner Nörgelsucht Entsprechend vielfach geäußert Sowohl seine gehässigen Angriffe auf den Führer Und auf nationalsozialistische Einrichtungen Wie seine pessimistischen Prognosen über den Kriegsausgang Waren geeignet Den Willen des deutschen Volkes Den Sieg mit den Waffen zu erkämpfen Zu zersetzen oder mindestens zu lähmen Das hat der Angeklagte auch gewusst Denn die Folgen seines Meckerns und Miesmachens Sind ihm oft und eindringlich vorgehalten worden Es entspricht auch nur seiner staatsfeindlichen Haltung Dass er den ihm bekannten zersetzenden Erfolg Seiner Äußerungen in Kauf nahm Da er keinerlei Gewehr dafür hatte Dass seine Äußerungen nicht weitergetragen werden würden Ist er der Wehrkraftzersetzung schuldig Paragraf 5 Kriegs-Sonderstrafrechtsverordnung Ein minderschwerer Fall liegt nicht vor Es handelt sich nicht um eine einmalige Entgleisung Eines sonst positiv eingestellten Menschen Sondern um zahlreiche Äußerungen Eines aus Charakterveranlagung Negativ gesonnenen Staatsfeindes Deswegen erscheint der Angeklagte auch unverbesserlich Der Geringe durch die Mahnungen seiner Vorgesetzten Erreichte Erfolg nur vorübergehend Der Angeklagte bildet eine ständige Gefahr Auch wenn er von denen, die ihn genauer kennen Nicht allzu ernst genommen wird Seine Äußerungen wiegen schließlich an Zahl und Inhalt nicht leicht Deswegen erschien die Todesstrafe allein geeignet Das Verbrechen des Angeklagten an seinem Volke zu sühnen An dessen Ehrenrechte fernerhin teilzunehmen Ist der Angeklagte nicht würdig Paragraf 32 Strafgesetzbuch Weil der Angeklagte verurteilt ist Muss er auch die Kosten des Verfahrens tragen Paragraf 465 Strafprozessordnung Gezeichnet Volksgerichtsrat Lemle Das Verbrechen des Angeklagtes Sowohl das Gnadengesuch seines Anwalts Der mit der Kriegsteilnahme und der Auszeichnung Gersts Sowie der Kriegsgefangenschaft und der daraus resultierenden Lungentuberkulose und Nervenerschütterung argumentierte Als auch die Gnadengesuche seiner Frau Tochter und seines Bruders wurden abgelehnt Dies wurde Adolf Gerst am Vorabend seiner Hinrichtung mitgeteilt Die Vollstreckung erfolgte am 22. Juni 1944 Der Scharfrichter meldete, dass das Richtgerät in Ordnung sei Und dass er mit seinen drei Gehilfen für die Hinrichtung bereitstehe Der Staatsanwalt gab hierauf den Auftrag, den Verurteilten vorzuführen Der Verurteilte Gerst wurde vorgeführt Der Vollstreckungsleiter stellte die Personengleichheit des Vorgeführten mit dem Verurteilten fest Und erklärte ihm, dass er den Scharfrichter mit der Vollstreckung des Urteils des Volksgerichtshofs Vom 9.05.1944 beauftrage Der Verurteilte wurde so dann dem Scharfrichter zur Vollstreckung des Urteils übergeben Der Verurteilte wurde von den drei Gehilfen des Scharfrichters zur Richtmaschine geführt Und sofort durch den Scharfrichter unter Beistand seiner Gehilfen enthauptet Der Verurteilte war ruhig und gefasst Es ergaben sich keine Zwischenfälle Der Leichnam wurde in den bereitgestellten Sarg gelegt Der Sarg versiegelt und dem Beauftragten der Stadtpolizeiämter Stuttgart, Polizeimeister Best Zur Feuerbestattung übergeben Die Leiche wurde mir in einem versiegelten Sarg zur Überwachung übergeben Sie wurde unter meiner Bewachung mit dem Leichenwagen nach dem Pragfriedhof verbracht Und in einer von mir versiegelten Zelle verwahrt Am Freitag, den 23. Juni 1944, 8.30 Uhr, hat unter meiner Aufsicht die Einäscherung stattgefunden Die Einsegnung der Leiche hat der Stadtpfarrer der Petruskirche in Gablenberg, Ernst Lachenmann, vorgenommen Dabei hat er nur die üblichen Gebete gesprochen Anstände haben sich nicht ergeben Die Einsegnung der Leiche hat der Fruchtkirche im Dirk Wenn ich nur wüsste, worauf dein letzter Blick ruhte. War es ein Stein, der schon viele letzte Blicke getrunken hatte, bis sie in Blindheit auf den Blinden fielen? Oder war es Erde, genug um einen Schuh zu füllen und schon schwarz geworden von so viel Abschied und von so viel Tod bereiten? Oder war es ein letzter Weg, der dir das Lebewohl von allen Wegen brachte, die du gegangen warst? Eine Wasserlache, ein Stück spiegelndes Metall, vielleicht die Gürtelschnalle deines Feindes oder irgendein anderer kleiner Wahrsager des Himmels? Oder sandte dir diese Erde, die keinen ungeliebt von hinnen gehen lässt, ein Vogelzeichen durch die Luft, erinnernd deine Seele, dass sie zuckte in ihrem qualverbrannten Leib. Mein Vater wird gesucht, er kommt nicht mehr nach Haus. Sie hetzen ihn mit Hunden, vielleicht ist er gefunden und kommt nicht mehr nach Haus. Oft kam zu uns SA und fragte, wo er sei. Wir konnten es nicht sagen, sie haben uns geschlagen, Wir schrien nicht dabei, die Mutter aber weint. Wir lasen im Bericht, der Vater sei gefangen und hätt sich aufgehangen. Das glaub ich aber nicht, er hat uns doch gesagt, so etwas tät er nicht. Es sagten die Genossen, SA hätt ihn erschossen, ganz ohne ein Gericht. Und heute weiß ich ganz genau, warum sie das getan. Wir werden doch vollenden, was er nicht konnt beenden. Und Vater geht voran. Schwarze Milch der Frühe Wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, Wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, Der schreibt, der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, Dein goldenes Haar Margarete. Er schreibt es und tritt vor das Haus, und es blitzen die Sterne. Er pfeift seine Rüden herbei, er pfeift seine Juden hervor, Lässt schaufeln ein Grab in der Erde. Er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, Wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends, Wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, Der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, Dein goldenes Haar Margarete. Dein aschernes Haar Solamit, wir schaufeln ein Grab in den Lüften, Da liegt man nicht eng. Er ruft, stecht tiefer ins Erdreich, Ihr Einen, ihr Andern singet und spielt. Er greift nach dem Eisen im Gurt, Er schwingt's, seine Augen sind blau. Stecht tiefer die Spaten, ihr Einen, Ihr Andern spielt weiter zum Tanz auf. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, Wir trinken dich mittags und morgens, wir trinken dich abends, Wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar Margarete, Dein aschernes Haar Solamit, er spielt mit den Schlangen, Er ruft, spielt süßer den Tod, der Tod ist dein Meister aus Deutschland. Er ruft, streicht dunkler die Geigen, Dann steigt ihr als Rauch in die Luft, Dann habt ihr ein Grab in den Wolken, da liegt man nicht eng. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, Wir trinken dich mittags, der Tod ist ein Meister aus Deutschland, Wir trinken dich abends und morgens, wir trinken und trinken. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, Sein Auge ist blau, er trifft dich mit bleierner Kugel, Er trifft dich genau, ein Mann wohnt im Haus, Dein goldenes Haar Margarete, er hetzt seine Rüden auf uns, Er schenkt uns ein Grab in der Luft, Er spielt mit den Schlangen und träumet, Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, Dein goldenes Haar Margarete, dein aschernes Haar Solamit. Es gibt Ungeheuer, aber es sind zu wenige, als dass sie wirklich gefährlich werden könnten. Wer gefährlicher ist, das sind die normalen Menschen. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, Musik Sie hörten Völker der Erde Literarische Entgegnungen zur Sprache der NS-Justiz Gesprochen von Gabriele Hintermeier, Boris Burgstaller, Christian Werner, Wilma Heuken Akkordeon und Gesang Wilma Heuken Eine Stolperkunstproduktion in Zusammenarbeit mit dem Haus der Geschichte Baden-Württemberg